hallo und herzlich willkommen ich bin ipanex und ich begrüße euch zu overwatch ja wird mein erstes video hier sein von overwatch leider sind meine ersten runden ein bisschen durch mein aufnahmeprogramm bisschen massakriert worden weil ich es leider nicht auf aktuellen version hatte daher sehen die ein wenig scheiße aus und macht auch nicht spaß anzugucken deswegen kommen die auch nicht aber dann fängt das hier halt mit dem ersten an allzu viel hatte ich auch noch nicht bisher gespielt deswegen glaube ich geht das wohl klar bekloppt überall durch darf mit dem quatsch macht euch bereit verteidigen hier oben ist hier oben guter punkt angreifer in 30 sekunden erwartet hier oben ist ein guter punkt wenn er jetzt hier oben bleibt dann haben wir genug feuerkraft auf jeden fall oben ich bin verwundet aw glaubst du bei 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 Ah, ich geh runter. Da oben bringt das nix. Du machst mein Haus. Alter. Alter. Damm. For me? Holy shit. Ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe mich nicht mehr gesehen Kommt her und heilt euch! Oh fuck man! Los, los, los jetzt man! Noch ist die Mission nicht vorbei. Jetzt müssen wir mal ein paar gute Aktionen hier bringen, ey. Sonst sind wir jetzt ziemlich schnell hier am Arsch. Ja, da haben wir zwei. Stierf doch, verdammte Scheiße, ey. Nein! Mann! Hätte der andere nicht mal ne Sekunde eher kommen können? Fuck ey! Der Krieg geht weiter. Kann man hier hoch? Ja okay, er war schon hier. Das war nix. Das war gar nix. Oh! Oh! Noch ist die Mission nicht vorbei. Noch 30 Sekunden. Alle zusammenbleiben! Wir schaffen das! Ich hab dich im Visier. Oh, da haben wir's! Sieg! Aber ich glaub, ich war nicht ganz gut mit dabei. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oh! Ja, der hat da ganz gut abgeräumt. Ja, ich sag mal, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!